Gehen sie mal in die Arena, machen noch mal 10 Arena Battles und da haben wir ein Bender Herr Gleich vs. Juan Holo Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem Baseball-Bobby an. Dann hätten wir anzubieten. Was war denn das nochmal mit der Peggy? Das ist die schlimme Tina, die Senora Hill. Ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd, Senora Hill. Ich spiele mir hier einfach mal die Ringenkarte. Fertig. Wer eine Sportkarte spielt, kann ich auch eine Sportkarte spielen. Nur meine ist stärker. Nö. Ich spiele den Bob jetzt hier. Der Will ist jetzt sowieso weg vom Fenster. Jetzt haben wir den Wasserspeicherjäger. Wird interessant jetzt. So, Anal entstellt. Ja, jetzt ist das gelaufen. Komm, den pushen wir jetzt nochmal von der Seite, dass der da nochmal richtig durchschlägt. Ach, brauche ich noch nicht mal mehr. Die Ringenkarte macht schon alles. Alleine. Ja, ich bräuchte noch dringendst irgendwie eine Amy. Und dann haben wir eine Rutsche. Herr Gleich versus Stefan A267. So, spielen wir mal die Luise auf der Eins. Die muss jetzt wenigstens einmal irgendwie durchkommen. Oder aber, ich mache gleich den Hinternschrank. Nö. Okay. Ach, das ist doch Schrott. Jetzt spiele ich jetzt erstmal den SNMPeter. Und jetzt spiele ich hier mal den Hinternschrank. Jetzt wird der SNMPeter schon mal ein bisschen stärker. Jetzt spielt er den Bill. Nicht die Rollerderby, Hayley. Oder den Toga, Bill. Okay. Du grapplst ganz schön viel. Du gehst mir auf die Nerven. Ohne Scheiß. Ehrlich. Finde ich jetzt nicht wirklich toll von dir. Na gut. Na gut. Die Rollerderby, Hayley ist in der nächsten Runde schon da. Wollen wir es so rum? Kriegt die Ringkarte schon den Bonus in der nächsten Runde? So. 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 Das wäre jetzt das Gedutch. Neuerder Rekordhalter ist denn. Den nehme ich mal jetzt hier mit rein. Das war jetzt schon mal sehr wichtig. Aber jetzt fliegt meine Rollerderby, Hayley weg. Ist nicht schön. Ist kein, kein tolles Ding hier. Wirklich nicht. Rauchen. Ich spiele jetzt als erstes mal hier den Bob. Jetzt muss ich dann direkt danach. Boxt doch mal diesen scheiß Toga-Bilder weg. Ehrlich. Er macht schon wieder Schaden. Der Hund. So. Jetzt spiele ich jetzt mal die Peggy. Jetzt ist der Mark schon mal geblockt. Ja. Endlich ist er weg. Jetzt ist das Ding gelaufen. Jetzt ist es gelaufen. So. Jetzt haben wir hier noch Dress Rehearsal. Das war's. Goodbye, my friend. Jawohl. Und unser Roger geht langsam, aber sicher und kontinuierlich Richtung Stufe 8. Hm. Noch ein bisschen dauern. Da haben wir noch einen. Snowboard. 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 Nee, Snowboard. Schnee gelangweilt. Okay. Oh, da könnte die Luise, aber die könnte hier wirklich jetzt. Moment mal. Jetzt die Frage, wie viel 2 Schild. Das ist gut, da kann die Luise so langsamer, sicher und kontinuierlich immer stärker werden. Das ist eine feine Sache. Das ist echt really, really nice. Okay. Okay. Ich will hier mal ein Bob Jean. Der kann sich da mit dem Quackmeyer mal beschäftigen. Oh, das ist der Golf. Aber das ist inzwischen echt eine lächerliche Karte. Ganz ehrlich. Aber scheiße. Das ist eine Sportkarte. Das ist nicht schön. Hoffentlich ist die relativ schnell mit dem Gas down. So, das sind auch die ungeladenen Partygäste. Eigentlich brauche ich die hier jetzt auch noch nicht zu spielen. Jetzt ist erst mal mein Bob Jean weg. Jetzt gib mir doch mal was Anständiges hier. So, was haben wir denn da? Zweimal Cripple All. Dreimal Cripple All. Und hier diese traumatisierte Hank wäre dann schon mal weg. Das ist schon mal eine feine Sache. Machen wir das doch erstmal so. Japp. Und gleich bleibt ja nicht mehr viel übrig, außer dem Golfer Quackmeyer. Der ist jetzt weg. So, und jetzt haben wir hier noch den... Nö. Nö. Dann spiele ich jetzt als... Allererstes erstmal die Peggy hier. Einmal. Zweimal. Und jetzt können wir eine Combo spielen. Hihi. Denn jetzt strecke ich dir den kompletten Hinternschrank raus, mein Lieber. Von der Katze, vom Zebra. Alles querbeet. Kriegst du jetzt von allen Seiten den Hintern ins Gesicht gestreckt. So. Den Kampf haben wir auch wieder gewonnen. Damit haben wir auch unsere täglichen Arena-Kämpfe schon erledigt. Nice, Mann. Und es geht weiter. Bob. Luis. Und dann nehmen wir mal die Tina. Wenn eine Tina kommt, nehmen wir auch die Tina. Die M-Brims. Ich kämpfe jetzt gegen eine M-Brims. Und da ist Luises Verteidigung. Jetzt können wir eigentlich das Spiel gleich nochmal genauso machen, wie wir es eben gerade gemacht haben. Hier eine Luise spielen. Ein Gewehr. Dann komme ich auch mit einem Gewehr. Meins ist aber stärker als deins. Mein Gewehr ist länger. Mein olympischer Hammerwerfer. Na gut. Olympischer Hammerwerfer. Ich... Ich... Scheiße. Das kommt jetzt voran, wenn du richtig kribbeln. Ja, kannst du eigentlich nur bei der wegkribbeln. Oder bei ihm. Schon mal gut. Und damit ist er in der nächsten Runde eigentlich down. Ja, weg ist er, du olympischer Hammerwerfer. Ich habe schon wieder weggebammert. Den Kollegen. Dann nehmen wir uns jetzt mal... Ja. Kann man Bob Jean mal spielen. Das ist immer eine schöne Blockkarte. Und jetzt kommt noch hier diese Pautucket Patriot Ale. Und ganzen Schaden kannst du noch machen. Und ganzen Schaden. Das ist ja echt sensationell. Die Dodgeball, Luis. Jetzt wird es ganz, ganz hart für dich. Und das 300 Dollar Messer ist ganz scharf. Ganz scharf. Ganz scharf. so 770 wieder mal und dann haben wir den nächsten roger SYN 0498 Lila's Verteidigung jo da würde ich mal sagen die Ringen na ne machen wir doch den Bob Jean Bob Jean auf der 1 ja den Laserwaffen Stewie können wir hier mal gleich reinsetzen ui 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 au 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 den brauchen wir jetzt auch ganz ganz dringend hier mit seinem 7er Gas oh mein Gott Naked Tug of War tut echt weh oh scheiße hoffentlich habe ich den möglichst bald jetzt down so was verheize ich denn jetzt als erstes irgendwas muss ich jetzt verheizen so lange bis der down ist zwei Runden lebt er jetzt noch so jetzt macht's schwupp schwupp jetzt muss ich noch eine Runde eine Runde muss er noch überleben jetzt komm wie viel Leben habe ich noch 40 das ist schon mal gut also den Baseball Bobby opfern wir jetzt auch mal und dann ist der Naked Tug of War auch tot also neun Schaden kommen da jetzt noch durch und jetzt ist er weg zack so oh alter Vater war das jetzt ein kranker scheiß gleich mal die Roller Derby Haley hinterher schieben jetzt muss ich mal gucken ob ich das überhaupt wie lange überlebe ich denn das oh nein das verliere ich ich verliere es das gibt's doch nicht scheiße ich hätte Bob zum Krippeln nehmen müssen nein es hätte mir auch nicht mehr geholfen ich verliere das kann doch nicht wahr sein oh mein goooooooood oh man falsch gespielt doch wenn ich Bob nee hätte mir auch nichts mehr gebracht scheiße, 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 scheiße 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 oh scheiße einer geht noch ah noch einer ah dann spiele ich halt um den blöden frei ja ja Roller Derby Haley auf die 1 endlich mal wieder Steve Smith ähm ähm Bob bin ich mal gespannt ob der mit dem irgendwas anfangen kann oder ob das jetzt hier nur so ein so einer ist der hier unbedingt und oh 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 die Bürgerkriege aber nee ich mach das hier 5 mal Cripple All ist sensationell gut und es wird auch nicht mehr aufgehalten so die Fallschirmspringerin Peggy können wir hier mal setzen sofern überhaupt noch was für die übrig bleibt weil ich hab das Gefühl dass äh die wird nicht mehr zum Einsatz kommen die wird nicht mehr zum Einsatz kommen aber ich spiele sie wenigstens noch da ist er ja nice 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 noch vier und da haben wir einen Bänder Biggles 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 Luis 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 Verteidigung ja spielen wir mal am Anfang den Baseball Bobby der kann schön lange stärker werden Bob Bob machen wir den Bürgerboss Bob machen wir den Bürgerboss Bob mal ja ja geh halt mal auf den Bürgerboss Bob von mir aus soll mir recht sein jetzt kommt der vitruvianische Mensch naja naja ja gut Bob um auch noch zu crippeln die betrunkene Peggy okay die wird jetzt allerdings nicht mehr so viel da hinten bezwecken können oh 15 macht sie trotzdem aber es ist ja wurscht wir haben ja da vorne schon 34 schaden so und jetzt haben wir noch mal 1 2 3 und da haben wir die nächste Tina Bumble Wollst du ein Bumblebee schreiben ja den gab es wahrscheinlich schon hast du ja gedacht okay mach ich mal aus den Bäne 3 clever clever ich hab das schon verstanden du Schlingel so ja eine Luis gegen die andere Luis oder aber den Denkeraffen aber wenn ich den vitruvianischen Menschen auf den Bob spiele ich spiele die Amy erstmal und da war ein Klavier ein Klavier ich spiele den Denkeraffen Bob Gene so den betrunkenen Stan ich finde es gut dass der Bob Gene nicht durch die Mauer durchkommt das finde ich sogar sehr sehr gut so bleibt mein Denkeraffe noch am Leben und wird nicht durch dieses blöde Gas in irgendeiner Form infiziert geschwächt whatever so und jetzt kommt noch die Roller Derby Hayley und ich würde mal sagen goodbye my friend dies was your last move ja das ist der letzte Zug von dem du nicht so gleich kaputt so ich euch ja ist gleich kaputt aber mal so was von ja bin ich gleich vernichtet so zack schüpps tüpps tüpps so K.O tina was ist das justin huck he 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 he's geil he's geil everybody's geil ähm Mops hat Hadego oh Lady Wrestling mit der Amy es gibt die Flügelmutter Amy jo ah nee oder och nee das finde ich jetzt aber nicht nett von dir wirklich nicht das ist nicht nett von dir jetzt hier mit dem Braumeister Teddy da so angeschissen zu kommen das finde ich jetzt überhaupt nicht nett von dir jetzt macht er mir echt jetzt macht mir dieser blöde Braumeister Teddy macht mir meine Flügelmutter kaputt ich glaube ich bin das kann doch etwas das gibt es doch nicht ja viel leben kann ich jetzt nochmal hier wieder regenerieren bei ihr oh nein aber naja der Kampf ist ja wenigstens vorbei bevor sie getötet wird das ist ja schon mal positiv so ja och ja der Braumeister der kann schon echt bitter sein mit seinem 8fach Gas das ist nämlich genau das hier der Teddy das ist einer der Gründe warum ich die Gas Attacken auch sehr sehr gerne mag ist nämlich einfach nur brutal Longwood Longwood nochmal um eine Tina so so Lila ist Verteidigung ja fangen wir an mit der Rollerderby Haley dann machen wir mal hier den Bob das Alkoholbad okay alles gut tut mir leid ich habe ein 300 Dollar Messer das geht durch Mark und Bein und vor allem durch deine Mauer so kannst dich nicht verstecken ich krieg dich ich komm dich zu holen hmm stand mit ringen und da kommen die internet bonus guckt euch seinen linken arm an was der wohl damit alles gemacht hat so jo dumm gelaufen würde ich sagen ja wieder einen Kampf verloren ne ja oder was zwei so 2420 jetzt gucken wir noch ganz in die Gilde rein wie sieht es da momentan aus meine Gilde 444 Cups haben wir inzwischen 444 Cups wie viele PVP Siege habe ich jetzt 845 was hat ein Tetsuo wie das Doppelte ne 1575 hm 407 407 666 hm gesuss jazeps jazeps oh jazeps ist ganz neu auf 11 cups gekommen apples and pie big poopie the Jew eins waffles Und a big daddy, Tarmpi, Hiro 29, Lafeur, Eweezy, Ethan S2 7 1, Bullhead, Nacho 5, Tristan, na, kommst du auch gut vor dann, Jessica, na Jessica, hier macht ihr bald den, ne, guckt es euch an, ganz bald hat sie den 445. Cup für uns geholt, ORRRR, ja momentan abwesend, schon seit ein paar Tagen, 461, ORRRR, komm wieder online, 733, Rudingi, Alex, alter, Alex, das gibt's doch nicht, dass du abgehst, 1023, willst Ted unbedingt einholen, das ist ja echt, das ist ja Wahnsinn. Nero XD, 919, Kellen Pruitt, Daniel S61 56, S04 Mysterio, Clefka, oh, Clefka, da fehlt auch nicht mehr viel, ja, geil. Ich glaube sogar, dass du eher derjenige bist, der die 445 Caps voll machte, aber 446 sogar, 157, Daito Nico, Colmaischmeil, Beckbiene, Nati 14, Leekill, 214, Zombie, 376, Daniel, Dirk Clemens, Max Patrick, H55 Webs, ja, das war's hier von der Gilde, 48 von 50 aktiv, also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.